Ich koche heute mit unserer ukrainischen Geflüchteten Tatjana. Sie hat darauf bestanden, für uns ein traditionelles Herbstgericht zu kochen. Also Herbstgericht ist das Wort, das unsere Übersetzer ausgespuckt hat. Kartoffeln und Pfefflinge sind auf alle Fälle Hauptbestandteil und ich muss sie dann nochmal nach dem Rezept fragen, weil es war wirklich lecker. Außerdem haben wir noch einen wirklich schnellen und leckeren Apfelkuchen gebacken. Schaut mal, wie schön der einfach im ungebackenen Zustand schon aussieht und aus dem Ofen raus. Oh mein Gott, ich wünschte, ihr könntet das riechen. Ich weiß nicht so recht, wo die Gedanken aus diesem Kommentar hierher kommen, aber unsere beiden Geflüchteten sind wahnsinnig dankbar.